Hallo meine lieben Zockonauten. Heute machen wir aber was ganz verrücktes. Der Gambinator. Magic Book auf 2,20 Euro. Da haben wir 500 Euro drauf. Kann natürlich nicht alles verzocken Leute. Macht aber nichts und dann machen wir Bücherspiel gegen Bücherspiel. Meinen Tier 5 habe ich aufgeballert. Ich bin zu geizig. 80. Mehr geht nicht Leute. Ich bin zu geizig. Tier 5 muss ich mal buchen. Wie verrückter. Ich hoffe ihr seht es ist gescheit. Freuen wir uns auf die Jackpot-Jagd. Ihr seht hier 100 kann kein Mensch ausrechnen. 34 bis 84. Wäre schön wenn es mal kommt. Dann schauen wir ein bisschen zu. Also 2 Euro aber Vollgas. 2 Euro ist natürlich anstrengend. Ab gehts. Ja Free Games bei 2 Euro auf dem Magic Book wären schon ganz nett. Aber ich glaube nicht daran. Außerdem hat der ja so fett ausbezahlt. Deswegen sind die 500 Euro drauf. Ich habe es das Video ja hoffentlich angeschaut. Der hat ja gegeben ohne Ende. Deswegen glaube ich da eher nicht dran. Auch ein alter Jackpot-Geiz gerade. Verpufft. Erstand! Da können wir ja noch ein Turm appen. Das ist toll. Die zu. Die adaptung. Die sind so. Die fledgut, die ich kann es nicht sagen. Die flasch und das entgegen. Die sindwerte. Nein. Die Knife. Die sind. Die sind so. Untertitelung. BR 2018 Red Hot Firepoint Ja, 2 in 1 war wieder alles kaputt, Freunde. Na, leider so. Da haben wir Zilber. 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 Okay, skip. Triggins, 2 Euro, ich kann es rabbeln, es rabbelt, warum es rabbelt? Weiß ich es nicht, die Queen, oh Free Games, parallel, sehr schön, deswegen mache ich das Freunde, gefällt mir. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, 40er. Schön. Ja, ich mag diese Parallelfreispiele einfach. Oh, 4er. Schön. Oh, 4er. Schön. Oh, sauber. Gibt doch mal einen. Schön. Jetzt rollt der geil. Oder gleich der Jewelbett. Der Geisteskranke. Oh, 5er. Geil. Oh, die 1er ist wieder raus. Die 1er macht wieder alles kaputt. 5er wieder. Siehst du es richtig? Ah, schade. Oh, ja. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja Leute, Free Games waren da, haben wir gesehen, hier haben wir Gelde rausgeballert, machen wir mal Poiscan, 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 können wir hier nach weitermachen, mit einem anderen Spiel, auf einem anderen Video, habe ich ein bisschen was zusammen, ist doch ganz nett, hier wäre noch Pilger drauf, ach, dann haben wir schön, ja, lasst mir auch ein Like bitte, wie immer, nette Kommentare da lassen, machen wir hier Risiko drücken, ne, tun endlich mal das, was ich nicht kann, Ja, also, 140 haben wir zum Abschluss, wunderbar, haut rein, macht gut, Dann können wir diese schöne 140 Musik genießen, drücken ja ganz selten auf der Leiter, wisst ihr, Leiter, da sind wir relativ wenig, hier geht es eher um die Free Games, um die Spiele, um die Auszahlung, was es so gibt, haben wir noch 62 Kröten drin, Ja, macht gut, bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Pockis, ihr Verrückten, Hahaha